Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich euch verschiedene günstige Schallzahnbürsten vorstellen und euch erklären, welche davon ich empfehle und welche ich nicht empfehlen würde. Also, bleibt dran! Ja, einige von euch hatten mich gefragt, welche günstigen Schallzahnbürsten ich denn empfehlen kann für all diejenigen, die nicht gleich so viel Geld ausgeben wollen und sich nicht die Spitzenmodelle wie zum Beispiel die Cura Prox Hydrosonic Auto oder die Philipsonica Diamond Clean kaufen wollen und ob ich da mal ein Video drüber machen kann. Und einige hatten mich auch ganz speziell nach der Fairy World Schallzahnbürste gefragt, die ja auf Amazon erstens sehr, sehr günstig ist und zweitens super Bewertungen hat und ja, eigentlich fast schon so ein Bestseller ist. Und ja, auch darüber möchte ich heute berichten. Ich habe mir die Schallzahnbürste Fairy World gekauft, extra für euch, um sie einmal testen zu können und euch meine Meinung mitteilen zu können. Und damit fange ich jetzt auch einmal an, bevor ich auf günstige Schallzahnbürsten anderer Hersteller zu sprechen komme. Die Fairy World Schallzahnbürste gibt es auf Amazon und die ist wirklich sehr, sehr günstig. Ich meine, es waren 25 Euro. Ich gucke den genauen Preis nochmal nach und blende ihn euch ein, aber es war wirklich die günstigste Schallzahnbürste, die ich jetzt so im Vergleich habe. Und ihr bekommt dazu ein sehr umfangreiches Paket, also insgesamt vier Bürstenköpfe, zwei mittelharte, einen harten und so einen Solo-Zahnbürstenkopf. Und ihr bekommt insgesamt auch fünf verschiedene Programme, also doch recht umfangreich. Für ein paar Mark mehr gibt es sogar ein Reise-Itree dazu. Also ich kann schon verstehen, warum viele von euch da schwach werden und sich dieses Modell kaufen. Ich muss aber vorweg sagen, ich kann euch diese Schallzahnbürste beim besten Willen nicht empfehlen. Im Gegenteil, ich kann euch nur dringend davon abraten, diese Schallzahnbürste zu verwenden. Fangen wir mal an mit den Bürstenköpfen, was ja so ziemlich das Wichtigste bei jeder Zahnbürste ist. Also erstes großes Manko ist, es gibt keine weichen Bürstenköpfe. Korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Ich habe jedenfalls keine gefunden. Es gibt nur diese mittelharten und diese gelben, die ganz harten. Und egal, also ob die mittelharte oder die harte, die sind so hart. Ich würde die auf gar keinen Fall an meine Zähne lassen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das Profil nicht das ist, was ich empfehlen kann. Am besten ist immer ein ganz gerades Bürstenprofil, also wo alle Borsten wirklich gleich lang sind. Der Philips-Sensitiv-Bürstenkopf, der ist auch okay. Der vorne so ein bisschen länger ist oder der von Cura Proxy. Ich habe das alles in den Videos gesagt, warum es in dem Fall okay ist, dass nicht alle Borsten gleich lang sind. Aber das ist exakt das Bürstenprofil, was man nicht verwenden sollte. Nämlich wo in der Mitte auch noch so längere Borsten sind und wo das wirklich so eine Welle macht. Also das kann ich euch auf gar keinen Fall empfehlen. Kommen wir dann mal zu dem Single-Bürstenkopf. Von der Idee her, einen Single-Bürstenkopf beizulegen, finde ich das schon mal sehr fortschrittlich. Aber dieser Single-Bürstenkopf ist so extrem spitz. Also das ist ein richtiges Mordinstrument. Zumindest für euer Zahnfleisch. Ich würde das auf gar keinen Fall an meine Zähne und erst recht nicht an mein Zahnfleisch lassen. Was man ja nun mal zwangsläufig macht, wenn man den Zahnfleischsaum damit putzen möchte. Und das ist so spitz und scharf. Also ich verstehe den Sinn auch nicht dahinter, warum man so eine Spitze darauf gesetzt hat. Und dann eben in Kombination mit diesen harten Borsten auf gar keinen Fall würde ich das verwenden. Und dann möchte ich noch einmal kurz was zu dem Motor sagen. Was ja eigentlich so das zweitwichtigste bei der Schaltzahnbürste ist, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig. Der Motor geht sofort in die Knie. Also bei der kleinsten Berührung. Ich zeige euch das mal eben. Der geht sofort in die Knie. Da ist überhaupt keine Power dahinter. Ich schalte ihn mal eben kurz an. So hört sich das normal an. Und jetzt berühre ich das mal ganz kurz und achtet mal auf den Ton. Also und ich mach mal kurz hier da aus. Also wenn ihr da mit putzt, dann berührt ihr ja immer irgendwie. Also auch mit der Wange, die da ein bisschen gegendrückt, wenn ihr außen putzt oder die Zunge. Und jedes Mal habt ihr das. Also der Motor ist einfach nicht stark genug, um so ein bisschen Druck auf dem Bürstenkopf auszuhalten. Und das ist hier auch nur so ein Plastikaufsatz und ein ziemlich langer Hebel. Und ja, irgendwie funktioniert das nicht so, wie die sich das überlegt haben. Und der Massage-Modus hört sich auch sehr witzig an. Ich finde, das hört sich an wie so eine Blaulicht-Sirene. Und wenn man da mal gegenkommt, total. Als ob das Blaulicht kaputt ist. Also total witzig. Also in meinen Augen ist das einfach nur ganz, ganz großer Schrott. Ich kann es nicht anders sagen. Ich würde sie auf gar keinen Fall benutzen. Und ich kann es euch beim Messenwillen nicht empfehlen. Im Gegenteil, ich würde euch sagen, benutzt die nicht. Ich rate euch dringend davon ab. Und damit schadet ihr eurem Zähne und eurem Zahnfleisch eher, als dass es irgendwie hilft. Ja, dann stellt sich ja nun die Frage, ob es denn andere günstige Einsteigermodelle an Schaltzahnbürsten gibt von anderen Herstellern, die ich empfehlen kann. Ja, gibt es. Und zwar fangen wir einfach mal direkt mit denen an, die ich empfehlen kann. Und das ist tatsächlich Philips Sonicare. Von Philips Sonicare gibt es ja ganz viele verschiedene Modelle. Und auch die günstigen Modelle kann ich sehr empfehlen. Bisher hätte ich immer gesagt, dass ich die Easy Clean empfehle. Die kostet aktuell 41 Euro auf Amazon. Schwingt mit 31.000 Schwingungen pro Minute. Hat allerdings nur ein Putzprogramm. Das ganz normale Clean-Programm für den täglichen Gebrauch. Und ein Lithium-Ionen-Akku. Also es ist ein sehr, sehr gutes Modell für Einsteiger. Auch nicht zu teuer. Okay, es ist teurer als die Fairywill. Aber dafür einfach eine sehr gute Schaltzahnbürste. Dennoch würde ich sie heutzutage nicht mehr empfehlen. Weil es, also sie ist immer noch gut, aber es gibt mittlerweile eine bessere. Für nicht allzu viel mehr Geld. Und zwar ist das die Protective Clean 4300. Diese ganze Protective Clean Modellreihe ist verhältnismäßig neu auf dem Markt. Und damit hat Philips was richtig, richtig Gutes auf den Markt gebracht. Die Protective Clean 4300 schwingt mit 62.000 Schwingungen pro Minute. Hat auch nur ein Putzprogramm, aber dafür zwei verschiedene Intensitäten. Also da könnt ihr auch ein bisschen in der Geschwindigkeit variieren. Und ihr bekommt außerdem, was ich sehr, sehr gut finde, einen Drucksensor. Das heißt, wenn ihr zu doll aufdrückt, dann vibriert die Zahnbürste. Gebt euch ein Signal, das ihr zu doll aufdrückt und drosselt auch automatisch die Geschwindigkeit. Was ich echt gut finde, weil doch die meisten von euch immer noch zu viel aufdrücken. Und das ist eine super Hilfe, um das ein bisschen zu kontrollieren. Und es ist auch ein Lithium-Ionen-Akku, der reicht zwei Wochen bei normalem Gebrauch. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Komplettpaket. Die Protective Clean 4300 kostet 56 Euro. Ist also gar nicht so viel teurer als die Easy Clean, bietet dafür aber, finde ich, schon erheblich viel mehr. Mehr Schwingungen, Drucksensor, Zweigeschwindigkeiten. Also das ist, finde ich, schon eine ganze Menge, die man für das bisschen mehr Geld dazu bekommt. Und ihr könnt die Protective Clean auch im Doppelpack kaufen. Dann kostet es 90 Euro. Ihr bekommt dann zwei Handstücke, allerdings nur ein Ladegerät. Das heißt, das ist wirklich für einen Haushalt gedacht, wo man sich ein Ladegerät teilen kann. Aber wenn man das dann mal runterrechnet, würde ein Handstück nur noch 45 Euro kosten. Und ich finde, das ist ein super Deal. Und ihr bekommt eine sehr, sehr gute, hochwertige Schaltzahnbürste für den Preis. Und das ist auf jeden Fall mein Favorit, was ich empfehlen würde zu kaufen, wenn ihr ein günstiges Modell sucht für den Anfang, um einfach mal reinzukommen. Ja, und euch mit einer Schaltzahnbürste vertraut machen wollt. Die Clean Care Plus ist aktuell die günstigste Schaltzahnbürste von Philips. Sie kostet nur 30 Euro, schwingt mit 31.000 Schwingungen pro Minute, was nicht schlecht ist. Aber die Protective Clean ist da einfach besser oder auch die neueren Generationen von Philips. Und die Clean Care Plus hat auch einen Nickel-Metallhydrid-Akku. Und der ist eben nicht so gut wie ein Lithium-Ionen-Akku. Ja, da muss man mehr auf die Akkupflege sozusagen achten, dass man ihn immer gut entlädt und wieder voll belädt. Und auch die Entladung im Ruhezustand ist einfach bei Lithium-Ionen-Akkus viel geringer als bei diesen Nickel-Metallhydrid-Akkus. Also die Lithium-Ionen-Akkus sind einfach für Schaltzahnbürsten doch besser geeignet und werden bei guten Schaltzahnbürsten und bei neueren Generationen jetzt eigentlich verbaut. Und dieser Nickel-Metallhydrid-Akkus weniger. Aber der ist eben immer noch in der Clean Care Plus enthalten. Deswegen würde ich euch das günstigste Modell für 30 Euro, diese Clean Care Plus, auch nicht empfehlen. Dann kommen wir einmal zu dem günstigsten Modell der Schaltzahnbürsten von Oral-B. Das ist die Oral-B Pulsonic Slim. Kostet aktuell 39 Euro auf Amazon. Sie schwingt mit 27.000 Schwingungen pro Minute, was eben deutlich geringer ist. Ihr bekommt zwar zwei Putzprogramme, Clean und Sensitiv, aber auch in dieser Oral-B Pulsonic Slim ist ein Nickel-Metallhydrid-Akku verbaut. Und das in Kombination mit den geringeren Schwingungen pro Minute, nur 27.000, würde ich es euch auch nicht empfehlen, diese Schaltzahnbürste zu kaufen. Generell ist das sehr interessant, wenn man sich mal mit den Vertretern von Oral-B unterhält. Die, ja, loben diese Genius mit dem kleinen, runden, oszillierenden Kopf, wofür Oral-B ja nun mal steht, immer hoch in den Himmel. Und das ist die tollste Zahnbürste überhaupt und machen Schaltzahnbürsten immer richtig schlecht. Und dann habe ich mir gefragt, ja, aber ihr habt doch auch Schaltzahnbürsten im Sortiment. Und dann war die Antwort, ja, um die Marktlücke zu füllen. Und dann denke ich mir so, okay, um die Marktlücke zu füllen. Also ich möchte keine Schaltzahnbürste benutzen, die nur dort so da ist, um die Marktlücke zu füllen. Ich glaube nicht, dass besonders viel Liebe in die Entwicklung und Produktion gesteckt wurde. Und das kann man, finde ich, auch sehen. Also Oral-B verwendet bei ihren heiß geliebten elektrischen Zahnbürsten mit diesem kleinen, runden Kopf den Lithium-Ionen-Akku. Bei ihren Schaltzahnbürsten-Modellen aber nur den Nickel-Metallhydrid-Akku. Und es gibt bei Oral-B auch nur einen Bürstenkopf für die Schaltzahnbürsten. Und der ist auch nicht besonders gut. Also noch ein weiterer Grund, warum ich keine Schaltzahnbürste von Oral-B kaufen würde. Dieser Nickel-Metallhydrid-Akku hält übrigens auch nur eine Woche bei normaler Putzdauer im Vergleich zu zwei Wochen bei der Philips Sonicare Protective Clean. Und dann gibt es natürlich noch Schaltzahnbürsten von Panasonic. Gehen wir mal nur auf das günstigste Modell an, denn darum geht es ja in diesem Video. Das ist die Panasonic EW 1031. Die kostet aktuell 39 Euro auf Amazon. Und die schwingt aber nur mit 26.000 Schwingungen pro Minute. Hat auch nur ein Putzprogramm und auch der Akku reicht leider nur für 40 Minuten, wo man ungefähr 7 bis 10 Tage hinkommt. Also auch nicht besonders lang. Und auch dort würde ich euch dieses günstige Modell EW 1031 von Panasonic nicht empfehlen. Also noch mal ganz kurz das Fazit. Die günstige Schaltzahnbürste, die ich kaufen würde, wenn ich eine günstige haben wollen würde, wäre die Protective Clean 4300. Und die bietet für mich einfach das beste Preis-Leistungsverhältnis. Ihr bekommt einfach, ja, eine sehr, sehr gute, wertige, langlebige Schaltzahnbürste für ein doch schmales Portemonnaie. Nicht ganz so günstig wie die allergünstigsten Modelle, aber ich finde immer noch günstig genug, dass man das schon investieren kann in seine Zahngesundheit. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch helfen konnte. Wenn ja, gebt mir bitte einen Daumen hoch, ich würde mich super doll darüber freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und drückt auch auf die Glocke unten, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn neue Videos von mir veröffentlicht werden. Und schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare erstens, wie euch das Video gefällt, ob es euch geholfen hat. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich einen Mehrwert biete mit meinen Videos, dass ich jemandem helfen kann damit. Darum mache ich das Ganze letztendlich. Und ja, schreibt mir doch auch mal gerne, welche Schaltzahnbürste ihr verwendet oder welche Zahnbürste allgemein, wie ihr putzt. Das würde mich auch super interessieren. Und dann kann ich darauf vielleicht auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und wenn ihr Fragen habt, nur zu, schreibt mir alles in die Kommentare. Ich beantworte gerne jede Frage und mache auch gerne immer Videos über die Themen, die ihr anfragt. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.